Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play System Shock 2. Ich wollte mich an allererster Stelle mal bei euch entschuldigen, dass so lange von mir nichts gekommen ist und man auch nichts gehört hat von mir, aber ich war total im Arbeitsstress und blablub drumrum. Das konnte ich einfach nie mit meiner Zeit vereinbaren. Aber jetzt hat sich die Situation wieder etwas verbessert und ich werde wieder etwas mehr Teile hochladen. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal System Shock 2 weiter, weil es doch ein sehr geniales Spiel ist. Und ich muss zugeben, dass ich es schon vor einigen Jahren gespielt habe und es jetzt doch wieder so half blind wird, also halb blindes Spiel wird, weil ich auch nicht mal alles weiß, wo alles ist. Aber es wird schon, denke ich mal, sich alles regeln. Und wir hatten ja schon die drei Tests hier hinten abgeschlossen. Hier hinten diese drei Tests, Tests, ne was heißt Tests oder mehr Trainings, diese drei Trainings hatten wir ja schon abgeschlossen. Und wir werden uns jetzt für eine der drei Gattungen entscheiden. Und ich würde mal sagen, also man kann das ja, ich will es ja nochmal kurz erklären, man kann die drei Gattungen mit den drei Trainings hier vergleichen. Also Navy ist die Waffengattung, Marines sind so die Technikfreaks und die USA ist halt so Psi-Kräfte-Verstärkung. Aber ich würde mal sagen, dass wir am Anfang eh nicht so mit Psi-Kräften sind und Technik-Oni ist, würde ich mal sagen, gehen wir mal in zu Navies, um mal unsere Kraft zu stärken. Und es kann nämlich sein, dass die Videos nicht zu sehen sind, von dem Space Shuttle gerade eben, und es dann eben schwarz ist. Da möchte ich mich dafür entschuldigen, dass man das dann nicht sehen kann, alles. Jo, da sind wir schon auf der Station und dann geht's schon los in unserem ersten Jahr. So, das ist Jahr 1. So. So wählen Sie mit Bedacht. Gehen Sie zu den Shuttle-Hallen und sehen Sie, was Ihnen bevorsteht. Wenn Sie etwas finden, das Ihnen zusagt, begeben Sie sich in die entsprechende Halle. Oh ja, Mitarbeiter. Und Raumstation. Jo, da werden wir mal sehen, wo wir hier lang müssen. Hier ist die Hauptpassage. Jo. Oh, ich laufe, ich schlufe ein bisschen am Arschig, oder? Ich muss mal kurz bei Optionen gucken und Steuergeräte einpassen. Rennen, gehen, vorwärts, belegen. Oh, jetzt hab ich was andersrum gemacht, wo? Rückwärts, vorwärts. Belegen, rückwärts. Äh, rückwärts ist jetzt. Äh, vorwärts. Gehen, hä? Nee, das stimmt irgendwie nicht mehr. Rückwärts soll das sein. Weiter. Genau, jetzt haben wir's auch. So, Entschuldigung, dass ich mal kurz eingestellt hab. So, dann werden wir uns mal hier. Zweiter Ingenieur auf der UN Lucille. Offiziersanwärter Lucille. Militärpolizist auf der UN Lucille. Die UN Lucille sucht nach Freiwilligen für die Militärpolizeiabteilung. Modifizierer, nicht stärker. Braumatrosen können auf diesen jahrelangen Flügen ganz schön aufsässig werden. Also brauchen wir einen harten Kerl. Die UN Lucille sucht nach einem zweiten Ingenieur, der die Haupt-Inengen-Systeme des Schiffs am Laufen hält. Das ist keine einfache Aufgabe, aber sie werden eine Menge über moderne Systeme lernen. Was haben wir hier noch? Die UN Lucille sucht nach einem Offiziersanwärter, der sich mit den Navigations-Innen-Systemen verbrauchen will. Sie werden einiges über moderne Technologie lernen, müssen sich aber auch ganz schön anstrengen. Oh, das geht gut, das ist nicht immer. So, da werden wir mal nämlich gucken. So, wieder ein Video, was nicht mit aufgenommen wird, wahrscheinlich. Und was man auch ich sehen kann. So, J2. So, wo ist niemand denn nun mal? Das gibt es hier als Cyber-Wert. Die UNN Carvex soll einen neu entdeckten Kometen der Klasse B im äußeren Sonnensystem untersuchen. Sie werden auf diesem kürzlich in Dienst gestellten schweren Kreuzer einiges über moderne Navigationssysteme lernen. Bisschen ähnlich so mit Cyber. Die UNN Pierce bringt befreite politische Gefangene von einem Straflager-Bansatz aus. Wartung, ist gut. Kommen unsere Waffen warten und so. Die Pierce hat eine Gruppe Marines an Bord und benötigt Matrosen, um die Waffen an Bord zu laden, zu verwalten und zu wachten. Jetzt sind wir hier noch. Laverne, Florida befindet sich die beste Taktik-Trainingsschule der Navy. Das ist vielleicht nicht so möglich wie die Schule des Marine Corps in Fort Busch, aber man kann hier eine Menge lernen. Kann man am stärker zu wahren, bestimmt. Dann machen wir mal Kometen der Waffen. So. Die Navy empfiehlt, allen nur mitgegangenen Schwerelosigkeitstraining durchzumachen. Ein Jahr an Bord der erdumkreisenden Raumstation Yamamoto dürfte mehr als genug sein. Wendigkeit ist ganz gut. Die Navy hat eine Überlebens-Trainingsschule auf der Oberfläche von NIO, dem dritten Jupiter-Mond. Plus, die beste Methode, um Ausdauer und Überlebensfähigkeiten zu steigern. Minus, 21,2% überleben es nicht. Oh, 21% überleben es nicht. Oh, Leute. Gut, gut. Die Marie Curie-Forschungsstation der Navy auf Aquinas 4 untersucht momentan einen neuen Weltraum-Virus, der 220.000 Einwohner von New Atlanta tötete. Um die Quarantäne aufzuheben, müssen wir erst feststellen, wie der Virus die Mikronaniten-Schutzschule der Stadt durchdringen konnte. Ne, wir nehmen doch lieber Ausdauer. Die Navy hat eine Überlebens-Trainingsschule auf der Oberfläche von NIO. Ausdauer heißt mehr leben und mehr aushalten. Das gut. Nehmen wir. Nehmen wir. Shuttle A-138, Sie am Lande, Erlaubnis in Landesschacht 2, der von Braun. Willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Gedächtnis-Elemente werden reinitialisiert. Gedächtnis des Patienten wird wiederhergestellt. Gedächtnis wird wiederhergestellt. Gedächtnis wird wiederhergestellt. Beruhigen Sie sich, Soldat. Hier ist Dr. Janice Pulito vom Rechenzentrum der von Braun. Sie sind momentan in Sicherheit. Sie erholen sich gerade von einer Operation und werden sich nicht an die Ereignisse der letzten Wochen erinnern können. Sie befinden sich an Bord des Raumschiffs von Braun und irgendetwas ist schiefgelaufen. Irgendeine Macht hat das Schiff übernommen. Deshalb haben Sie sich bereit erklärt, sich experimentelle Cyberimplantate einpflanzen zu lassen. Benutzen Sie Ihr Cyberinterface, denn es kann Ihnen das Leben retten. Sie müssen einen Aufzug finden und zu Deck 4 kommen und mich dort treffen. Deck 4, vergessen Sie das nicht. Aber halten Sie die Augen offen, denn die sind jetzt hinter uns beiden her.